Herzlich willkommen zu unserer 60 Minuten Einheit zum Thema Prophylaxe. Prophylaxe ist natürlich ein riesiges Thema und viele Menschen verstehen unterschiedliche Dinge darin. Der erste, der das Thema Prophylaxe thematisiert hat, war der große Aaron Nymtsovich. In seinem Buch mein System verstand darunter die mehrfache Überdeckung von wichtigen Feldern. Heute hat sich die Ansicht zur Prophylaxe ein wenig geändert. In erster Linie ist Prophylaxe eine wichtige Einstellung. Wir haben Pläne und wollen diese am Brett umsetzen. Aber wir spielen auch gegen einen Gegner, der seine Pläne umsetzen möchte. Und insofern müssen wir diese Ideen unseres Gegners auch berücksichtigen. Einer, der dies am besten wohl beherrscht hat, war der große Tigran Petrosian. Von ihm sagt man ja, er hat die Drohungen des Gegners erkannt, bevor der Gegner überhaupt noch wusste, dass er jemals eine Drohung haben wird. Also die Auseinandersetzung mit den Ideen und mit den Drohungen des Gegners ist etwas ganz Wichtiges. Dabei ist Prophylaxe keineswegs ein defensives Mittel. Natürlich geht es darum, auch Angriffe des Gegners zu verhindern, aber es geht auch darum, Verteidigungszüge des Gegners zu verhindern. Also Prophylaxe kann auch durchaus ein sehr aggressives Mittel sein. Und im besten Falle können wir mit einem prophylaktischen Zug sowohl eine Drohung aufstellen, als auch Drohungen des Gegners verhindern. Ein wichtiges Schlagwort zum Thema Prophylaxe sind auch sogenannte Signalzüge. Nun, unter Signalzüge verstehen wir krumme Züge des Gegners, also Züge, die uns sehr seltsam vorkommen, weil sie eigentlich gar nicht zur Stellung passen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass unser Gegner einfach Unfug spielt. Aber meistens ist es so, dass er sich durchaus etwas dabei denkt und wir bei diesen krummen Zügen, bei diesen Signalzügen, deshalb besonders auf der Hut sein sollten. Zwei solche Beispiele möchte ich euch jetzt einmal am Anfang zeigen, bevor wir uns tiefer in das Thema Prophylaxe hineinbegeben. Wir starten mit der Partie Pragnander gegen Ding Liren. Nun, Pragnander, ein taktisch messerscharfer junger Inder, spielt hier gegen die Nummer zwei der Welt. Pragnander weiß und wir sehen, diese Partie ist für ihn denkbar schlecht gelaufen. Denn der Freibauer auf B3, der sieht einfach tödlich aus. Und in der Tat, es gibt auch keine hundertprozentige Verteidigung mehr dagegen. Schwarz wird die Partie gewinnen, wenn er perfekt spielt. Aber gerade in solchen Stellungen leisten starke Spieler wie Pragnander unglaublichen Widerstand. Und den zu brechen, ja das ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Und Pragnander spielte hier Turm auf A3. Ein Zug, der auf den ersten Blick ja völlig absurd ausschaut. Was möchte der Turm auf A3? Auf A1 ist er gestanden und es geht ja darum, diesen Bauern zu stoppen. Und Turm auf A3, ja greift das den Bauern eigentlich an? Naja, der ist von der Dame gedeckt. Aber wir sollten nun stutzig werden. Wir sehen, Dame und Springer bei Weiß stehen durchaus in einer Angriffsposition und Dame und Springer im Angriff, das ist wirklich ein hervorragendes Duo. Und beide schauen auf den Punkt F7. Also, die Drohung Turm mal B3 mit Ablenkung der Dame von der Deckung von Punkt F7 könnte hier durchaus ein Thema sein. Ja, aber warum sollen wir in dieser Stellung nicht einfach Bauer auf B2 spielen? Dann kann der Gegner den Bauern ja überhaupt nicht nehmen. Und schon wäre die Falle zugeschnappt. Und die Idee mit Turm auf A3 hätte sich exzellent ausgezahlt. Denn obwohl hier auf B3 kein Bauer mehr steht, ist Turm auf B3 ein wunderbarer Zug. Er greift die Dame an, er hat den Bauern im Visier und das Feld F7, ja das ist für uns noch immer ganz ein wichtiges. Nun, welche Züge sind nun überlegenswert? Wir könnten einmal schauen, ob wir in dieser Stellung vielleicht Dame mal B3 spielen. Na ja, aber dann kommt Dame mal F7. Der König geht nach H7, Dame G6 Schach und wir haben mit Weiß unser Dauerschach. Also, Dame mal B3 funktioniert mit Sicherheit nicht. Nun, was passiert eigentlich, wenn wir uns hier eine neue Dame holen? Gut, dann würde die Dame von F5 auf B1 nehmen. Und auf Springer mal, käme Turm mal B7. Und plötzlich hat Weiß einen Bauern mehr. Also, auch das funktioniert nicht mehr. Ein Zug sieht allerdings sehr interessant aus für Schwarz. Nämlich Turm mal E5. Das beseitigt diesen Angriffsspringer, greift die Dame an, der Turm hängt, unser Bauer ist nach wie vor einzugsbereit. Nichtsdestotrotz, wir können hier auf E5 nehmen. Und auf Dame mal B3 finden wir über C8 ein wunderbares Dauerschach. Schwarz kann es nicht verhindern, denn nach König H7 geht die Dame nach F5 zurück. Wenn der König auf die Grundreihe geht, egal ob er nach H8 oder G8 kommt, wieder Schach. Und wenn Bauer G6 kommt, dann Dame mal F7, gefolgt von Dauerschach. Also, Turm auf A3 droht Turm mal B3 oder auch einfach Turm B3, wenn der Bauer nach vorne zieht. Wir haben also nun herausgefunden, was diese Idee dieses krummen Zuges, dieses Signalzuges ist. Und nun müssen wir uns gegen diese Idee wehren. Und Ding Liren tat das mit dem einzigen Zug, der in dieser Stellung stark ist, mit Turm auf F8. Ja, dieser Zug sieht zwar sehr, sehr passiv aus, aber alle schwarzen Drohungen bleiben aufrecht. Der Bauer wird einfach durchmarschieren, ohne gestoppt werden zu können. Und wenn, dann nur unter großem Materialverlust. Und der Punkt F7 ist wunderbar geschützt. Schwarz gewann diese Partie mit leichter Hand. Es folgte Springer D3, Bauer B2. Weiß gab den Springer, spielte noch ein paar Züge. Aber die hätte man sich auch sparen können.